Hallo meine Freunde, ich grüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ja, ich wollte nur kurz mal euch mitteilen, dass ich drei Scheiben ja bestellt hatte für meine Terris. Einmal hier für die Gini-Colata die Scheibe, wie gesagt hier, die ist ja kaputt gegangen oder ich habe die ja auf den Stuhl gelegt, habe den Stuhl genommen und die Scheibe war im Arsch. Ja, wie gesagt, dann habe ich ja drei Scheiben bestellt und ich wollte euch das ganz gerne jetzt nochmal zeigen, wie ich das jetzt gemacht habe. Einen Moment, ich drehe mal das Bild. So, jetzt habe ich hier bei der Fallax, hier das ist die Frontscheibe, hier bei der Fallax, wie ihr sehen könnt oder was, habe ich jetzt hier halt eine Scheibe bestellt, die jetzt hier halt von innen angelehnt ist. So, das bedeutet, die Spinne war halt auch schon an der Frontscheibe und wie gesagt, ja, das ist halt dann immer ein bisschen blöde, die zu füttern, weil ich komme da ja gar nicht mehr vernünftig dran und wenn ich die Futtertiere da unten reinschmeiße oder was, dann bringt mir das nicht viel. Wie gesagt, und jetzt habe ich halt die Scheibe hier bestellt, habe die hier jetzt halt so angelehnt und kann halt jetzt super oben noch bewässern und halt auch oben Futtertiere reinschmeißen. Ja, ich lasse das jetzt erstmal so, ich finde das ganz geil. Ja, ich setze jetzt halt die Dings hier wieder rein, einen Moment, die Frontscheibe, hier so. So, und dann lasse ich die jetzt tütteln, die Spinne und hoffe mal, dass sie halt da bleibt. So, ne, und gehen wir mal weiter. Bei der Mega Cellulitis habe ich das halt auch gemacht, wie ihr seht. Da liegt die Scheibe drin, da hatte ich halt vorher so Plastikdeckel drin liegen gehabt. So, und dann habe ich jetzt halt hier, habe ich halt hier die Scheibe reingelegt. Also hier, das ist, klar, Frontscheibe ist drin. So, und die habe ich halt hier unten rein und oben halt an meinen Lego Zeug da halt angelehnt. Ja, und dann hoffe ich mal, dass sie halt, dass sie halt im hinteren Bereich bleibt. Und ja, erstmal kann ich dann auch mehr sehen. Und wie gesagt, ich kann halt die Riesenscheibe halt hier, weil es ist ein 50er Würfel, kann ich dann halt immer vernünftig die Scheibe halt hoch machen. Ja, ich schaue mir das mal an, was das gibt. Und, äh, Moment, drehe mal wieder das Bild. Ja, finde das eigentlich ganz gut. Die Idee, würde mich interessieren, was ihr davon haltet, von der Idee, was ich jetzt gemacht habe mit diesen, dass man das halt ein bisschen halt abschirmen kann. Also den Bereich von der Spinner halt, dass man trotzdem halt vernünftig an die Becken rankommt. Äh, ich finde es eine coole Idee. Äh, wie gesagt, äh, bei der Velozella wollte ich das vielleicht auch noch machen, weil die war halt auch schon an der Scheibe dran und war am rumkleistern. Äh, muss ich mal gucken, ob ich mir da auch noch eine Scheibe bestelle. Ja, zum Thema Scheiben, ist es so gewesen, ja, bei dem, äh, also wo ich die Scheiben bestellt habe, wie gesagt, ist es halt jetzt so gewesen, dass ich mich jetzt halt tierisch heute aufgeregt habe. Äh, zum einen habe ich ja echt fast, ich glaube, vier Wochen waren es jetzt drauf gewartet auf die Scheiben, für drei Scheiben. So, und die, diese Scheibe für die Gini Colata, die Frontscheibe, die sollte halt auch geschliffen sein. Ja, die anderen beiden jetzt nicht und ich habe das auch alles korrekt angegeben, wie gesagt, drei Millimeter und geschliffen. Die, zumindestens die Scheibe sollte geschliffen sein. Und was war natürlich, alle drei Scheiben sind gekommen und nicht geschliffen. So, und damit das auch, äh, richtig Spaß macht, habe ich mich genau an der Scheibe, wie gesagt, von der Gini Colata, hier, guckt euch mal einen geilen Finger an. Ja, habe ich mir richtig schön, oben drauf habe ich mir richtig schön, äh, habe ich mir richtig schön Haut weggeholt. Ja, ne, so muss das sein, auf jeden Fall. Richtig schön, habe da jetzt drei, vier Pflaster rübergeklebt, weil, wie gesagt, die Suppe halt trotzdem rauskam. Ja, und bin erst mal ein bisschen zufrieden. So, das ist aber noch nicht das Ende. Das Ende kommt ja noch, es kommt ja noch besser. Ich habe drei Millimeter Scheiben bestellt. Jetzt ratet mal, was ich bekommen habe. Ich habe zwei Millimeter Scheiben bestellt. Sag mal, geht es noch oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey, dass die da so völlig überfordert sind mit drei Scheiben. Zwei Millimeter dickes Glas habe ich bekommen und drei Millimeter habe ich bestellt. Warum? Ganz einfach, damit es halt stabiler ist, gerade auch wegen der Frontscheibe hier. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt mal so lang gehe oder was, dann kann man den Unterschied sehen. Seht ihr hier, das ist die drei Millimeter Scheibe. Könnt ihr das sehen? Wie gesagt, dass die dünner ist hier. Ja, die hat zwei Millimeter und die hat drei Millimeter. Äh, ich glaube, ich spinne. Echt? Ja, mein Bruder arbeitet nebenbei in einer Bilderrahmenbude. Und, äh, ganz ehrlich, wie gesagt, ja, die verwenden halt für die Bilderrahmen und Wechselrahmen, verwenden die halt zwei Millimeter Glas. Äh, und dann hätte ich mir die drei Scheiben, hätte er mir zugeschnitten. Ich hätte die für lau gekriegt. Für lau. Ja? Was soll das? Ich habe jetzt 47 Euro bezahlt für die Scheiße. Ja? Nicht geschliffen. Drei, zwei Millimeter Glas. Unfassbar. Also, ich bin, wie gesagt, ich habe da jetzt gerade eine Mail hingeschickt. Und habe mich nochmal richtig schön aufgeregt und so. Und, äh, das war es für mich auch, wie gesagt. Ich bestelle da nie wieder was und fertig. Also, so eine Scheiße, das kann ja wohl nicht wahr sein, ehrlich. Man muss echt aufpassen, ey. Echt, überall wirst du nur beschissen, ey. Wenn du nicht genau hinguckst, ja, was du da hast und so. Und, äh, unglaublich. Okay, Freunde. Ich finde es trotzdem eine coole Idee, wie gesagt. Ich zeige es euch gerne nochmal. Ich zeige es euch gerne nochmal, wie gesagt. Also, ich finde das richtig geil. Da ist die Scheibe drin. Ne? Frontscheibe, da liegt die Scheibe drin. Jetzt kann ihr da bis an die reingelegte Scheibe, kann sie halt, äh, tapezieren, ihr Netz. Und auch hier oben, wie gesagt, ich finde das richtig cool. Auch von der Seite könnt ihr gucken. Wie gesagt, irgendwo da unten ist die Ziege. Und, ja, die ist sowieso auch viel da hinten schon zu Gange. Ja, und dann habe ich halt jetzt hier meine Abtrennung. Ja, und ich denke mal, ja, ich bin zufrieden. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, ich, äh, finde ich geil. Also, die Idee finde ich nicht schlecht. Weil, ich denke mal, ihr habt alle das Problem halt, dass die Spinnen halt alles vollkleistern. Und, dass man dann halt, äh, kaum noch die Möglichkeiten hat, halt, äh, oder halt schwer halt mit den Futtertieren hier und da und dies. Und, das ist auch nicht meine Welt. Keine Ahnung. Wie gesagt, also, da bin ich halt ein bisschen, weiß ich nicht, nicht normal. Und, äh, ja, auf diese Art und Weise kann ich die Frontscheiben halt ein bisschen, kann ich halt ein bisschen frei halten. Und die Tiere haben trotzdem genug Platz, um sich auszubreiten. Und, äh, doch, ich bin zufrieden. Und, ja, schreibt mal gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Mit der Idee halt, mit den Scheiben und so. Und, äh, würde mich sehr freuen. Und würde sagen, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.